Hallihallo Leute, willkommen zu einer ganz besonderen Folge hier aus dem Rotstein Park. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin aufgeregt und zwar nicht ohne Grund. Josef hat die 300.000 Abonnenten erreicht und das heißt, es gibt endlich, endlich, endlich den nächsten Download der Version 3 unseres Rotstein Parks. Die letzte Version liegt schon einige Monate zurück, ich glaube im September letzten Jahres war es soweit und seitdem hat sich unglaublich viel in dieser Welt getan, wie ihr hier auch schon ringsherum um mich sehen könnt. In dieser Special-Folge möchte ich euch heute zeigen, welche Fahrgeschäfte neu hinzugekommen sind, die ihr auch nutzen könnt. Das heißt, ihr könnt jetzt mal unten in die Beschreibung reinschauen oder unten in die Videokapitelmarken und zwar werde ich jetzt für jeden neuen Bereich, der auch voll funktionsfähig ist, einmal zeigen, was neu hinzugekommen ist. Das heißt, ihr seht jetzt die nächsten Minuten, jede neue Attraktion, die alten Attraktion seit dem letzten Download liste ich nicht nochmal auf, aber ich zeige euch jetzt Stück für Stück, was neu ist und ihr könnt mal unbedingt in die Kommentare hingehen, nachdem ihr das Video bitte bis zum Ende geschaut habt und schreiben, was eure Attraktion ist, die ihr am liebsten spielt. Ganz wichtig zu wissen ist, dass es den Rotstein Park jetzt schon zum Download gibt. Alle Kanalmitglieder von mir können die Version seit dem Sonntag runterladen, also seit Sonntag dem 25. und für die anderen Leute ist es so, dass es ab dem 1. August den Download kostenlos hier unter diesem Video geben wird. Den Link werde ich dann entsprechend hier in die Videobeschreibung setzen. Wenn ihr live mit dabei sein wollt, wie ihr die Welt runterladen könnt, dann schaut auf jeden Fall am nächsten Sonntag, den 1. August bei mir oder bei mir auch im Livestream vorbei. Dort machen wir nochmal den Download dann für alle öffentlich. Ich würde sagen, ich habe mehr als genug gequatscht, das wird sonst langweilig und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal Stück für Stück all die neuen Attraktionen an und ihr lasst mir unbedingt in den Kommentaren einen kleinen Hinweis da, was eure Lieblingsattraktion ist. Los geht es mit einem komplett neuen Bereich, der entstanden ist. Das ist der Wild-West-Bereich, in dem ihr erstens hier eine wunderschöne Wild-West-Stadt besuchen könnt, aber auch eins der meiner Meinung nach coolsten neuen Minispiele spielen könnt. Ihr werdet herausgefordert, hier die Stadt zu retten und dabei möglichst viele Punkte zu sammeln. Die Musik, die wir hierfür extra noch komponieren lassen, die fehlt leider noch, aber es gibt eine sehr, sehr, sehr coole Vertonung von Spark, der euch erklärt, wie genau hier das Spiel funktioniert. Das Ganze nennt sich das Wild-West-Game. Ihr betretet den Bereich, hüpft hier ins Minecart rein. Howdy Sheriff, willkommen in der Stadt. Zeig uns deine Schießkünste anhand der Targetblöcke. Und werdet hier vom guten Spark begrüßt, der mit seinen doch teils sehr lustigen Kommentaren hier euch erheitert und euch erzählt, was ihr hier an Punkten oder an Treffern gemacht habt. Ein sehr, sehr cooles und lustiges Game mit sehr, sehr vielen lustigen Kommentaren. Und Ziel ist es halt hier, möglichst gut die Targetblöcke zu treffen und so möglichst viele Punkte zu sammeln. Ihr seht, der Spark ist dabei nicht wirklich nett. Und je näher ich hier an die Mitte treffe, desto mehr Punkte bekommen wir. Das heißt, wir haben hier ein Spiel, was sehr, sehr, sehr viel Skill voraussetzt und wo man extremst viele Punkte sammeln kann. Wenn ihr also gut dabei seid, hier schön die Mitte trefft, dann kann es durchaus sein, dass ihr sogar mehr als 1000 Punkte bekommt. Und natürlich gibt es neben den Strecken hier auch noch ein paar Bonussachen, die man ledigen kann. Zum Beispiel einen Gangster, den man hier erwischt und so Bonuspunkte bekommt. Zum Ende dieser Map bekommt ihr noch hier einen Endgegner. Den schauen wir uns gleich an. Aber als erstes versuchen wir hier einen möglichst hohen Score zu bekommen. Und ihr versucht, diesen bitte einmal zu schlagen. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne Downloads von dieser Map machen, beziehungsweise Reviews auf YouTube davon machen. Und ich bin mal gespannt, was ihr hier als Score erreicht. Wenn ihr mich jetzt hier übertrefft, markiert mich mal unbedingt. Schreibt es mir in die Kommentare, was hier euer Highscore ist. Und dann gucken wir mal, ob ihr es hier schafft, über 20.000 Punkte zu bekommen. Ihr seht schon, das ist gar nicht so ganz einfach. Man muss sich da ordentlich konzentrieren. Wir gucken mal, dass wir hier noch vielleicht die 20.000 Punkte knacken. Das ist sehr gut. Und zum Schluss muss man möglichst gut reagieren. Sehr gut. Und dann kriegt man eine Bonuspunktzahl. Wenn man langsamer ist, wird die Punktzahl entsprechend um den Prozentwert korrigiert. Wie ihr seht, eine sehr, sehr schicke, coole Stadt. Ein cooles Minispiel. Lasst mich unbedingt wissen, was euer Highscore hier in diesem Spiel ist. Und wenn ihr dann durch seid mit dem Spiel, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier die Stadt zu erkunden. Jedes der Gebäude, der, die Bank, die Bar, all das, was hier so ist, ist detailliert eingerichtet. Das heißt, hier gibt es in diesem Stadtbereich einiges, einiges zu erkunden. Die nächste, neue, alte Attraktion ist der Hanging Coaster. Und zwar gab es diesen schon in dem letzten Download. Dabei hatte er noch nicht wirklich funktioniert. Und wir sind jetzt hingegangen und haben hier mit ein paar Helferlein von mir die ganze Strecke neu designt. Einen mega, mega coolen Drachen draufgesetzt. Und somit jetzt ein Friedhofsareal gebaut. Hier in der Nähe der Burg. Schönen mittelalterlichen Stil, der vom Drachen angegriffen und verbrannt wurde. Das alles ist jetzt hier auch genau in die Richtung designt. Auch diesen Bereich könnt ihr gerne erkunden. Und das Spiel der Hanging Coaster funktioniert jetzt. Die Achterbahn der Hanging Coaster funktioniert jetzt so, so wie es sein soll. Die ganze Bahn nennt sich jetzt The Flying Dragon, also der fliegende Drache. Und sobald ihr jetzt hier dieses wirklich epische, epische Gebiet betretet, kommt ihr jetzt hier in die neu designte Höhle rein. Ihr könnt euch in diese Custom Sitze setzen. Und damit beginnt dann hier auch schon die nächste Fahrt. Und aufpassen, jetzt gleich wird es laut und man wird hier wirklich mit Hochdruck rausgeschossen. Was meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr cool aussieht. So, jetzt geht es gleich rund. Ihr seht, man wird rausgeschossen. Es leckt ein wenig, je nachdem wie gut euer PC ist. Aber ihr seht, man kommt hier sehr, sehr gut durch die Bahn durch. Und kriegt dann hier mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ganz anders als die klassischen Minecraft-Mechaniken, mit dem Minecraft hier eine sehr, sehr coole Strecke abgeliefert, die man dann hier fahren kann. Kann sich hierbei, ja, wenn man schnell genug ist hier zumindest, die ganze Strecke, die Gegend hier angucken und sich durch die ganze Attraktion hier schicken lassen. Hoch und runter, schnell und langsam geht es hier über den Friedhof, wo der Josef und ich und auch die ganzen Helferlein zu entdecken sind. Müsst ihr mal gucken, ob ihr alle Easter Eggs findet. Und dann geht es hier schon zum zweiten Boost, der uns in die Spirale des Todes, so nennt man sie, schießt. Und diese fährt man dann runter, bis es dann in den großen Looping geht. Wir sehen schon, jetzt hier, zack, rutschen wir hier entlang. Das Cape flattert im Wind. Wir gehen hier durch die Spirale, werden dabei schneller, schneller, schneller und schneller und gehen von hier direkt in den Looping. Wuii, genau. Hier geht es dann einmal durch. Und dann ist die Bahn so gut wie zu Ende. Man kommt hier um die Ecke und zack, hat man hier schon die wilde Fahrt geschafft. Auch das eine neue Attraktion mit einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Gefällt mir vom Biom einfach sehr, sehr gut. Und wir gehen jetzt mal rüber zur Burg, denn auch dort hat sich wieder einiges getan. Wie ihr schon von oben sehen könnt, ist die Burg wesentlich optisch aufgewertet worden. Der ganze Innenbereich war letztes Mal leer und wir sind jetzt hingegangen und haben hier alles fertig designt. Ihr findet hier einen schönen mittelalterlichen Markt mit vielen Details, auch der ein oder anderen Anspielung hier an Josef und an mich. Und ihr könnt mal schreiben, was euer Favorit hier von diesem Marktplatz ist. Die nächste Attraktion, die es beim letzten Mal schon gab, die aber nicht funktioniert hat, beziehungsweise komplett neu überarbeitet wurde, ist der Tjost. Das ist ein Spiel, was ihr nur zu zweit spielen könnt. Die Spieler setzen sich hier entsprechend rein, gehen aufs Pferd, warten auf den Kollegen und dann reitet man hier gegeneinander, versucht sich vom Pferd runterzuschlagen und in sieben Runden derjenige mit den meisten Treffern beziehungsweise mit den gewonnenen Runden gewinnt. Auch hier wird überall die Spielmechanik überarbeitet. Ich kann euch nur empfehlen, das Ganze auf den Server zu packen und dann mit einem Freund einmal die Welt zu spielen. Die nächste Attraktion, die hinzugekommen ist, ist hier vorne das Temple Run Game. Sehr, sehr, sehr schönes Spiel, was noch an ein, zwei Stellen ein bisschen Optimierungsbedarf hat. Man kann hier aber runterhüpfen und jetzt hier, wie man es auch vielleicht vom Handy schon kennt von früher, Temple Run spielen. Sehr, sehr cool. Wir haben hier eine Bestenliste, die ist noch nicht eingerichtet, aber ihr müsst nichts anderes tun, als hier reingehen. Und ihr seht, die Sicht ändert sich und nun muss man nach vorne laufen. Hört schon eine sehr, sehr coole Musik. Und wenn man jetzt irgendwo hängen bleibt oder oben unten hier irgendwo hängen bleibt, dann ist das ganze Spiel aus. Ziel ist es auch hier, möglichst lange zu überleben. Ihr müsst mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, wie lange es ihr geschafft habt. Und wir haben hier, glaube ich, zwölf Stages entwickelt, die zufällig hintereinander kommen. Man wird mit der Zeit immer schneller. Ah, das ist die Redstone Stage. Und wenn man zu lange stehen bleibt, hört man das schlecht. Aber es gibt hier, wie gesagt, über zwölf Stages, die wir entwickelt haben, die hier zufällig reingespielt werden. Und ihr könnt mir mal unbedingt in die Kommentare schreiben, was euer Highscore ist. Und ihr seht, die Challenges und Stages sind jedoch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich denke mal, mit diesem Temple Run Game kann man auf jeden Fall eine Menge Spaß haben, weil das theoretisch ein endlich langes Spiel ist, was immer wieder mit Zufällen hier agiert und funktioniert. Und ich bin gespannt, was euer Highscore hier bei diesem Temple Run Spiel ist. Die nächste Attraktion ist keine wirkliche Attraktion. Und zwar haben wir hier unglaublich viel auch in der Optik und der Harmonie oder der Atmosphäre des Parks getan. Wir haben alle großen Wegenetze, die hier durch den Park führen, gesetzt. Die roten, orangenen Linien sind hier verschwunden. Und ihr könnt jetzt hier ganz, ganz viele neue Plateaus, auch im 1.7. Style erkunden. Das heißt, ihr könnt jetzt eine gemütliche Runde durch den Park gehen, die Atmosphäre genießen und so zu den neuen Attraktionen kommen, die wir jetzt gleich noch sehen werden. Bevor wir aber hier die schönen Wege entlang schlendern, die Natur auf uns wirken lassen, machen wir mal hier vorne an der Stelle beim alten TNT Run Game einen kleinen Stopp. Das Spiel ist leider immer noch nicht fertig und blicken jetzt mal hier vorne hin, denn beim Geisterhaus hat sich auch einiges getan. Wir sehen, es ist jetzt hier eine komplett neue Wegstrecke hinzugekommen. Man geht hier über diesen schön verrotteten alten Holzsteg und kommt dann hier ganz langsam auf das Geisterhaus zu, das sich jetzt nicht mehr in einem flachen, plattgedrückten Biom befindet, sondern sehr, sehr schön hier in die Natur integriert wurde. Das Geisterhaus an sich ist leider immer noch nicht funktionsfähig. Wir haben hier auf die 1.17 gewartet. Das heißt, die Attraktion, die hier drin ist, die Animation, die Kinogeschichte ist immer noch die gleiche wie zuvor. Da wird sich aber zukünftig noch was tun, wenn wir hier mal wieder mehr Zeit haben und dieses Projekt neu angehen werden. Nichtsdestotrotz ist die Optik vom Haus hier abgeschlossen. Die ganzen Lücken, die wir hier hatten, das flache Biom, wurde alles angeglichen und somit ist jetzt auch hier zumindest optisch das Geisterhaus gut integriert. Hier vorne gibt es auch noch ein paar neue Spiele, die gerade im Bau befinden, genau wie hier der Minigolfplatz, aber zu dem kommen wir jetzt mal, indem wir hier den Weg ein wenig entlang laufen. Das nächste Highlight in diesem Park ist hier jetzt der Minigolfplatz. Das ist ein Projekt, das sich aktuell noch im Bau befindet. Nichtsdestotrotz haben wir es so gemacht, dass ihr die ersten Stages, die wir hier gebaut haben, einmal spielen könnt. Dazu betretet ihr hier einmal das Gelände, drückt hier auf diesen Knopf, ihr kriegt einmal die Scorecard und den Golfschläger, Minigolfschläger in die Hand gedrückt. Könnt jetzt hier auf eine der Bahnen gehen, zack, das Buch reinlegen, die Minigolfkugel erscheint und dann, wenn ihr hier die Taste, die rechte Maustaste drückt, kriegt ihr hier entsprechend Speed und könnt dann hier die Minigolfbahn versuchen und mir auch gerne unbedingt in den Kommentaren da lassen, wie gut ihr wart. Ihr seht, die Ergebnisse werden hier auf dieser Karte fest verewigt und so könnt ihr dann hier in Zukunft sehr, sehr viele, ich glaube 18 Bahnen spielen und hier euer Skill und euer Glück probieren. Ihr seht schon, das hat manchmal ein bisschen was mit Glück, manchmal ein bisschen was mit Skill zu tun, aber hier kann man schon mal sehen, wie diese neue Minigolfengine dann in Zukunft funktioniert. Die anderen Stages könnt ihr theoretisch manuell laden, die haben aber es aber jetzt so für euch gemacht, dass ihr diese Attraktion, die sich noch im Bau befindet, zumindest theoretisch hier schon mal auf den ersten vier Bahnen spielen könnt, auch wenn optisch und technisch hier noch nicht alles fertig ist. Auch hier vorne an der Spitze des Parks hat sich einiges getan, hier vorne die Bugs wurden behoben, das heißt Schweinkart funktioniert nun wieder, ihr könnt also gerne mit euren Freunden hier eine Runde fahren, aber ganz neu ist hier hinzugekommen jetzt die Wildwasserbahn. Das war die erste große Attraktion, die wir angefasst haben, die hat so nicht wirklich funktioniert und nun sollte es so sein, dass ihr hier diese fahren könnt. Ihr seht schon, das Boot kommt an, ihr setzt euch rein und dann beginnt die wilde Fahrt. Im Gegensatz zu dem Holzstamm-Ride ist es so, dass ihr hier selber die volle Kontrolle über die Fahrt habt, das heißt, ihr könnt hier mit WASD schauen, wie ihr hier durchkommt und dann einfach schön durch diesen atmosphärischen Tunnelfahrt, den wir hier in mühsamer Arbeit zusammen gebaut haben. Ihr seht, ihr werdet hier vorne losgelassen und dann beginnt die wilde Fahrt. Ihr geht hier durch die wilden Stromschnellen rauf und runter, ihr könnt euch die ganzen Gegenden anschauen. Es gibt viele kleine Easter Eggs, die hier zu sehen sind. Schaut es euch unbedingt an, ist echt super, super, super cool geworden. Man schippert hier durch die Gegend, durch die Landschaft, kann das hier alles ganz entspannt genießen. Ich mache das natürlich jetzt hier ein bisschen schneller, damit wir auch hier schön viel in diesem Video euch zeigen können und ihr noch möglichst viel zum selber erkunden habt. Und zum Schluss gibt es hier den großen Fall nach unten. Ihr landet in dieser wirklich wunderbaren und sehr, sehr schicken Höhle, muss ich sagen. Könnt auch hier noch das ein oder andere Easter Egg entdecken und dann hüpft ihr hier über den Steg entlang, geht hier unten entlang, landet dann auch hier beim Falling Down Game, was jetzt auch endlich einen Ausgang hat, hier entlang und werdet dann hier nach oben teleportiert und habt damit dann auch hier die Wildwasserbahn, die nächste neue Attraktion entdeckt. Neben dem fertig eingerichteten Restaurant zum Roten Stein, feinstes Essen, faire Preiserestaurant, gibt es jetzt hier auch noch weitere andere neue Attraktionen und zwar ist es ein weiteres Kinderfahrgeschäft und zwar der Dolphin Ride. Ihr könnt aber als erstes, bevor ihr damit fahrt, hier nochmal das Restaurant auschecken. Auch das ist jetzt hier soweit fertig gebaut und danach nehmt ihr am besten den Weg hier unter dem Berg und hier unten ist jetzt eine neue Strecke hinzugekommen, neues Weglayout, das ihr hier einmal entlang gehen könnt, um entweder zum Neuen die Seiten Breaking Ice zu kommen. Das schauen wir uns gleich an. Oder hier durch dieses T-World unter Wasser zu gehen und dann beim neuen Spiel zu landen und zwar ist das neue Attraktion oder die neue Attraktion der Dolphin Ride. Ihr seht schon, sobald ihr hier reinkommt, habt ihr links und rechts einen Delfin. Ihr setzt euch hier drauf und jetzt kann die wilde Fahrt beginnen. Wir warten jetzt noch mal ein paar Sekunden, bis es losgeht und dann macht sich hier, ihr seht schon, der Delfin auf dem Weg und wir können hier mit entlang fahren. Wenn ihr jetzt hier die Karotte nehmt, dann hüpft der Delfin und so könnt ihr dann hier ein paar schöne, gemütliche Runden drehen, das alles hier schön enjoyen von der Optik, wie man hier mit dem Delfin entlang reitet und einfach mal ein wenig die Seele ausklingen lassen. Wir gehen jetzt mal vom Delfin runter, der dreht hier noch so seine Runden, genau wie der Kamerad hier gegenüber und dann schauen wir uns noch mal Breaking Ice an. Hier war es immer so, dass das Spiel nie wirklich fertig gemacht wurde. Wir haben jetzt hier eine neue Tribüne, das heißt, seid ihr mit mehreren Leuten, können die anderen hier auch zugucken und damit ist jetzt auch dieses Spiel endlich optisch fertig hier integriert, dass man hier den Weg entlang gehen kann und damit hat auch dieses Spiel es dann in Anführungszeichen endlich geschafft, eins der ältesten Spieler endlich fertig zu werden. Drei weitere richtig große Attraktionen sind auch noch hinzugekommen. Die habe ich mir natürlich ganz zum Schluss aufgespart, weil das auch meine absoluten Highlights sind. Bevor wir damit aber starten, schauen wir noch mal hier vorne hin und zwar ist auch ein neuer Schaustellerbereich hinzugekommen. Wir wollten immer die Möglichkeit haben, dass hier die ganzen Mitarbeiter unterkommen und dafür haben wir jetzt hier ganz, ganz viele liebevoll eingerichtete und dekorierte Wohnwagen hingesetzt, die auch sehr, sehr spannend zu erkunden sind und hier gibt es natürlich dann den ein oder anderen Platz, wo sich die Schausteller erholen können und ihr diesen Bereich erkunden könnt. Die nächste Attraktion hat man gerade schon am Anfang gesehen und zwar haben wir jetzt ein richtiges, funktionierendes Riesenrad hier in Minecraft entwickelt, was ihr auch fahren könnt. Dazu müsst ihr natürlich euren Pass aufgeladen haben. Ihr geht jetzt in das Redstone Eye rein und sobald ihr hier seid, sehen wir, haben wir hier Custom Models entwickelt, die hier ihre Runden drehen, sobald das Riesenrad beziehungsweise die Gondel vom Riesenrad hier unten ankommt, ist es dann so, dass es ein bisschen langsamer wird. Ihr könnt hier einsteigen und dann könnt ihr hier durch den Park schippern beziehungsweise ein paar Runden drehen und einfach die Optik genießen. Eine sehr, sehr coole Attraktion, meiner Meinung nach. Das würde ich euch empfehlen, unbedingt, unbedingt, unbedingt als erstes zu machen, denn von hier kriegt man eine schöne Aussicht über den Park, kann wirklich alles genießen und dann sieht man auch meine absolute Lieblingsattraktion und zwar die große Holzachterbahn, die unglaublich viel Arbeit war, unglaublich viele Helfer benötigt hat und eines meiner absoluten Highlights ist und tatsächlich glaube ich auch eine der größten Holzachterbahnen ist und schönsten, die man so hier in Minecraft kennt. Gut, wir hüpfen mal hier raus, das solltet ihr natürlich nicht machen und jetzt schauen wir uns einmal die Attraktion des ganzen Parkes an, meiner Meinung nach und zwar hier vorne die Rotsteinparkbahn. Das ist echt ein riesiger, riesiger, riesiger Rollercoaster, optisch super cool ausgestaltet, muss ich sagen, ganz viele Highlights und technisch natürlich auch aller, aller, aller erste Sahne. Wir gehen jetzt mal rein, die Bahn nennt sich der rote Donner und ihr seht schon, man sieht, die nächste Fahrt steht hier bereit, die ist ready, hier vorne kann man nochmal den Park von oben sehen, auch sehr, sehr schick und man setzt sich jetzt hier einfach rein, bitte einsteigen und wir sehen, sobald wir jetzt hier drin sind, dass es gleich losgeht, wir hören die Geräusche, die anderen Beifahrer, wenn die Strecke nicht voll ist oder die Bahn nicht voll ist, kommen, setzen sich hier bei der Fahrt mit rein und jetzt geht es hier auch schon los. Oh, oder nicht? Doch, es geht los, wir sind hier ein bisschen reingeglitscht und wir sehen schon, dass wir jetzt hier wunderbar die Strecke entlang fahren, schön gemütlich hier hochfahren, hier schon mal die ganze Optik genießen können, die wirklich beeindruckende Achterbahn, meiner Meinung nach, die hier echt genial aussieht und dann fahren wir hier schön in der nacht, nächtlichen Stimmung mit der nächtlichen Atmosphäre entlang und begeben uns jetzt hier fast zum absoluten Höhepunkt, ich glaube eine Stelle, eine Stelle an der Strecke ist noch ein wenig höher und wir können dann auch von hier oben, von dieser wirklich enormen und mega großen Holzachterbahn, die Optik beziehungsweise die Aussicht genießen auf diese schöne Strecke, die wir designt haben, aber natürlich auch auf den anderen Park. Also das war wirklich tatsächlich eins der größten Projekte, die wir hier im Park hatten, aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Das ist tatsächlich eine ganz klassische Holzachterbahn, die funktioniert nur auf den Vanilla Minecraft Mechaniken, das heißt die Geschwindigkeit, die hier hinzukommt, die entsteht tatsächlich nur durch die Schwerkraft, es gibt zwei Stellen oder drei Stellen, wo man ein wenig nach oben transportiert wird mit den Powered Rails. Ansonsten ist es aber so, dass tatsächlich hier nur die klassische Minecraft Schwerkraft zählt und das war mir bei dieser Achterbahn besonders, besonders wichtig, denn ich hatte früher schon mal so eine Achterbahn gebaut, natürlich wesentlich kleiner und mein Ziel war es halt hier einmal, alles mit den klassischen Minecraft Mechaniken zu bauen, ohne zu sehr an der Redstone Technik hier rum zu mogeln. Durch das grüne Band sind wir quasi ein bisschen verbunden, die Cards an sich bewegen sich, wie gesagt, aber nur durch die Schwerkraft und so wird halt die Geschwindigkeit hier in der Bahn mal schneller, mal langsamer, aber optisch, ihr seht es, wenn man hier durch die ganzen Sachen durchfährt, auch aus der ersten Perspektive oder aus der First-Personal-Perspektive ist das echt beeindruckend. Man fährt hier also viele Kurven, viele Streckenelemente, die hier schön gemütlich ineinander übergehen, aber dann sind auch immer Elemente dabei, die hier echt wild werden, zum Beispiel jetzt hier zack unten drunter und dann geht es jetzt hier mit Hilfe des Aufzugs nochmal an den höchsten Punkt der Strecke und dann in den absoluten Downfall, wo auch noch ein Blitzautomat aufgestellt ist und daneben gibt es dann natürlich hier bei dieser Strecke auch noch die ein oder andere Steilkurve, wieder die ein oder andere lange, lange, lange Spirale des Todes, so nennen wir sie ja immer auch bei der anderen Achterbahn schon und ihr seht, die Fahrzeit ist echt einigermaßen lang, das heißt, ihr könnt hier bei dieser Fahrt tatsächlich, glaube ich, eine Achterbahnfahrt erleben, die länger ist, als viele andere Achterbahnfahrten, die man zum Beispiel von echten Holzachterbahnen aus anderen echten Freizeitparks kennt. So, jetzt sind wir gleich ganz oben angekommen, die Freunde hinter uns sind immer noch mit dabei, das muss man denen zugute halten, die haben es nochmal geschafft, die Fahrt ohne hier sich zu ergeben und jetzt geht es hier los, jetzt kommt hier gleich das steilste Element der Strecke, da geht es dann hier, wusch, schön nach unten, den Blitz, den müssen wir nochmal einbauen in der Zukunft und dann geht es hier nochmal rauf und runter, dann wird hier wirklich durchgeshakt, kriegt hier einmal das Essen wieder bis in den Kopf gedrückt und dann geht es hier in dieser langen, langen, langen Steilkurve beziehungsweise in diesem langen Spiralteil nach unten, da gibt es noch ein, zwei rauf und runter Fahrten und dann ist die Strecke so gut wie fertig. Insgesamt knapp zwei Minuten Fahrt, das ist einiges, lohnt sich aber meiner Meinung nach, da seht ihr auch mal das Ausmaß, was wir hatten. Wir haben jeden Zaun hier tatsächlich von Hand gesetzt, das war unglaublich, unglaublich viel Arbeit und ich bin mal echt gespannt, wie gesagt, was euer Favorit ist. Bei mir ist es glaube ich tatsächlich hier mit die Strecke von den Achterbahnen, die wir hier bisher gebaut haben, weil man hier einfach unglaublich viel Spaß hat, das zu sehen, was hier geschaffen wurde und ich glaube, das gibt es so ein zweites Mal noch nicht auf YouTube und dementsprechend happy bin ich. Wenn ihr durch seid, bleibt umgedankt sitzen, achtet darauf, wie die anderen hier gleich aussteigen, denn wir haben hier noch ein paar Easter Eggs eingebaut, an jeder Stelle hier. Die Beifahrer gehen jetzt hier raus, gehen hier entlang, hier muss nochmal, wie gesagt, irgendwann der Fotoapparat in die Fotobox hingehen und die begeben sich dann auf Klo, natürlich, weil die Fahrt so wild war, um sich da nochmal die Fahrt durch den Kopf gehen zu lassen. Jetzt geht es weiter mit der allerletzten Attraktion, die tatsächlich diese Woche, also im letzten Stream, fertig geworden ist. Die letzte fehlende Attraktion findet sich unten im Erkältbereich und zwar ist es die Bahn IceCard. Ihr seht schon, wir haben hier einen wirklich, wirklich coolen Startbereich produziert beziehungsweise gebaut, sehr, sehr cooles Streckenlayout, man kann hier hochgehen, auf der Tribüne jetzt hier die Strecke anschauen und natürlich jetzt auch endlich hier fahren. Die 1.17 hat uns hier einiges ermöglicht, ganz fertig ist die Bahn mit dem Countdown und wann die Fahrt sozusagen zu Ende ist, noch nicht. Wir haben es aber jetzt so gemacht, dass die Animationen hier funktionieren, ihr hier auf die Startposition befördert werdet, wenn noch andere Spieler mit dabei sind. Fünf Stück können die Fahrt hier fahren und dann könnt ihr hier eine beliebige Anzahl an Runden gegen Freunde spielen und das ist, wie gesagt, immer besonders herausfordernd meiner Meinung nach, macht aber extremst viel Spaß und ihr hört, man muss hier schön aufpassen, lustige Geräusche gibt es und natürlich ist das eine Bahn, wo man einen extremst hohen Skill haben muss. Mich würde mal interessieren, welche Zeit ihr schafft, das müsst ihr jetzt leider noch manuell stoppen. Ihr könnt mal aufschreiben, wie lange ihr für zwei oder drei Runden braucht, das ist so grob die Dauer, die wir hier eingeplant hatten für die Strecke und ihr seht, die ein oder andere abgezündet gibt es hier auch. Das waren im Grunde genommen, aber jetzt auch schon alle Neuerungen, die ihr hier im Park finden könnt. Es sind auch noch einige andere Attraktionen dabei, die angefangen sind, aber noch nicht fertig sind. Die habe ich euch, wie gesagt, vorenthalten. Die werden in den nächsten Streams fortgesetzt und natürlich wird sich der Park auch weiterentwickeln. Ich denke aber, wenn man das jetzt noch mit all den Attraktionen, die schon in den letzten Downloads mit dabei waren, vergleicht, ist nochmal wirklich extremst viel hinzugekommen und ich glaube auch, das Ergebnis, was wir hier haben, lässt sich tatsächlich sehr, sehr gut sehen und ihr könnt hier hoffentlich mit euren Freunden, sobald ihr die Map runterladen könnt, sehr, sehr viel Spaß haben. Ihr seht, die Runden sind sehr cool, viele kleine Details und damit sind wir auch hier schon, wenn die Runde zu Ende ist, mit dem Video durch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, lasst mich in den Kommentaren unbedingt wissen, was eure Lieblingsattraktion ist, was euer Lieblingsfahrgeschäft ist. Ansonsten bedanke ich mich bei jedem, der das Projekt hier unterstützt. Ich hoffe, dass wir hier noch viele weitere Downloads zukünftig anbieten können und ich sage jetzt an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.